Wenn ich die Fee fragen würde, der Wunsch ist das, was die UNESCO sagt. Ändert das Gesetz so, dass meine Steuergelder ganz einfach dafür verwendet werden, dass alle, die öffentliche Gelder kriegen, auch diese Materialien öffentlich stellen sollen. Damit wäre das Leben viel einfacher. Wir bräuchten weniger Juristen und wir würden weniger Urheberrechtsklagen haben. Danke sehr. Open Educational Resources zusammen mit Open Educational Practices zu denken. Also, dass wir nicht nur vom Ergebnis heraus denken, sondern vom Prozess, der davor und danach passiert. Wie kommen wir zu Open Educational Resources? Das funktioniert mit Practice. Was mich schon manchmal umtreibt, ist, dass es so eine kleine, unheimlich aktive Community gibt, die vielleicht auch dann doch gar nicht so klein ist, wenn wir genau hinschauen. Aber dass es, also mit wie wenig finanziellen Ressourcen man wie viel bewegen könnte, wenn man noch mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen würde, also von welchen Summen wir da sprechen würden, damit schon was unheimlich Tolles, was entstehen könnte. Da, ja, das ist der einfache Wunsch, ein bisschen mehr Geld. Ich würde mir für die Lehrenden an den Universitäten wünschen, dass sie eine Klarheit kriegen, was die Veröffentlichungsrechte angeht, also dass die Universitäten OER-Policies sich anschaffen und dort klären, wie sie zu dem Thema stehen. Mein Wunsch wäre, dass diejenigen, die Wissen vermitteln, vielleicht als Teil ihres Berufs oder als Teil dessen, was sie in einer NGO machen oder so, sich fragen, ob es eigentlich ein gutes, für alle verfügbares Lehr- und Handbuch gibt, was als Grundlage, als Überblickswerk, als strukturgebende Einführung in ihr Thema dient. Und wenn nein, dass sich all diese Leute überlegen, ob nicht ein offenes Lehr- oder Handbuch etwas für sie wäre. Wir haben mit der Methode der Book Sprints inzwischen die Möglichkeit, sehr ergebnisorientiert, kollaborativ mit einer Gruppe von eingeladenen Expertinnen und Experten in einer sehr begrenzten Zeit Lektoratsreife Manuskripte zu entwickeln und haben tolle Erfahrungen damit gemacht, in ganz unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel im öffentlichen Gesundheitswesen oder in der Open Science Community. Also auf diese Weise ganz nachhaltige, weitverbreitete, offene Lehr- und Handbücher zu produzieren. Und was ich mir wünschte, wäre eine Welt, in der diese Möglichkeit in den Köpfen derer, die mit solchen Wissensvermittlungsprozessen zu tun haben, wo auch immer angekommen wäre und genutzt würde. Ich würde mir wünschen, dass es von mir aus gesetzlich verfügt wird, dass öffentliche Gelder, die in Bildungsproduktionen, Bildungsmedien fließen, dass diese Medien und diese Bildungsangebote auch öffentlich frei verfügbar sind. Denn was die Öffentlichkeit bezahlt hat, soll auch allen zur Verfügung stehen, ohne Grenzen und ohne Beschränkungen. Mein Wunsch für OER wäre die feste Verankerung von OER beispielsweise im Bereich der Lehrkräftebildung. Das heißt über Module im Lehramtsstudium und sicherlich auch danach im Referendariat, dass dort das Thema OER einen festen Platz hat. Ich würde mich freuen, wenn sich OER noch viel, viel mehr verbreiten würden. Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man OER vielleicht gar nicht so als was ganz Kompliziertes oder so präsentiert. Ich weiß, dass es natürlich wichtig ist und das ist ganz toll, dass es auch sehr, sehr viele große OER-Projekte gibt, die ja eine ganz, ganz wichtige Rolle und Funktion auch erfüllen, gerade zum Beispiel, was dann die Auffindbarkeit von Bildungsmaterialien ist. Aber ich glaube, so der nächste Schritt, was wir hinbekommen müssten, wäre, dass OER einfach noch, noch viel mehr in die Breite geht und das einfach so was ganz Normales ist, dass wenn ich ein Bildungsmaterial als Pädagoge oder Pädagogin erstelle, dass ich dieses Bildungsmaterial dann frei lasse und teile. Und mein Wunsch wäre, dass wir das hinbekommen, dass OER quasi einfach die Normalität in der Bildung ist und dass Bildung somit eine solidarische ist. Wenn ich einen Wunsch in Sachen OER frei hätte, dann wäre es wahrscheinlich, dass es viel mehr Hackerspaces und viel mehr Workshops gibt, in denen Lehrkräfte sich zusammentun und gemeinsam eine richtig geile Zeit dabei haben, um Materialien gemeinsam zu entwickeln und gerade fächerübergreifend im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung arbeiten, um hierfür die Zukunft zu gestalten. Als Mitglied der ZUM, eines kleinen, von ehrenamtlicher Arbeit getragenen Vereins im Bereich OER, würde ich mir wünschen, dass solche Initiativen wie die ZUM, aber davon gibt es auch viele andere, auch mit öffentlichen Geldern gefördert werden, die gerne zweckgebunden für die Entwicklung neuer Materialien, neuer Strukturen usw. genutzt werden können. Denn gerade in diesen Bereichen kann man mit wenig Geld relativ viel erreichen. In der Summe wäre das ein großer Gewinn für alle Beteiligten. Mein Wunsch wäre, dass politische Parteien durch Einflussnahme den OER-Gedanken nicht zerstören. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir einfach wünschen, dass Leute sich nicht so wichtig nehmen. Weil ich glaube, dann würden einfach einige Probleme gelöst werden. Zum Beispiel, ich will das nicht teilen, das ist meins. Wenn man sich nicht so wichtig nimmt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn andere das auch haben. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn Leute sich nicht so wichtig nehmen, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass ein Name mit ihnen verbunden wird und dem Inhalt. Und dann würden, glaube ich, viel mehr Leute Inhalte einfach unter CC0-Lizenz zur Verfügung stellen. Also wirklich ohne Einschränkung nutzbar. Und nicht noch mit dieser Einschränkung. Es muss, wie weiß ich sie bei, wenigstens noch der Name drauf sein. Weil das in der Praxis dann doch einfach zu viel, ja, es ist einfach unpraktikabel nachher zu handhaben, wenn man es re-usen will und weiter teilen will. Von daher, ja, weniger Ego nicht so wichtig nehmen. Und das wäre mein Wunsch an die Welt. Ich wünsche mir eine Open-Source-Plattform, mit der man Texte, Bilder remixen kann, die nur, wie die OR-Suchmaschinen, auf OR-Materialien zugreifen. Also nicht auf das gesamte Web und das alles Mögliche kreuz- und quer recyceln, sondern auf die bewusst freigegebenen Dokumente, Texte und Bilder, um daraus neue Sachen zu erstellen. Mehr Forschung. Denn immer wenn was Neues rauskommt, dann wird das viel ausprobiert. Das ist auch toll. Aber es ist die Aufgabe von uns allen zu schauen, funktioniert das? Und was funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert das nicht? Und dafür brauchen wir Forschung. Es gibt viele Leitlinien, viele Richtlinien, viele Policies, viele Agenten, die sagen, wofür OR alles gut ist und was das alles bringen kann. Das klingt auch alles sehr schön und ich glaube das auch. Aber Glauben reicht nicht aus. Wir müssen ein bisschen mehr Wissen generieren darüber, wie OR funktioniert und wenn es funktioniert, warum es funktioniert. Alle von öffentlichen Geldern bezahlten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrer, Hochschullehrer und so weiter, sollten auch ihre Materialien und alle ihre Entwicklungen öffentlich verfügbar machen als OER. Wenn ich einen Wunsch für OER frei hätte, dann wäre das doch der, dass wir, wer auch immer wir ist, dass die Chance bestünde, einen neuen Namen für OER zu finden. Also etwas Eingängiges, etwas Attraktives, was Menschen sofort anspricht und man weiß, worum es geht. Also man hat sofort ein Bild vor Augen und kann sagen, hey, das ist OER, ohne es beim Namen zu nennen. Also es heißt einfach anders. Das Problem bei OER ist ja immer die Erstellung. Da gibt es leider viel zu wenig Ressourcen für und ich wünsche mir ein Open Documentation Fund für Open Educational Resources. Also die Möglichkeit, dass ich Geld dafür bekomme, bestehende Bildungsformate gut zu dokumentieren, weil das kostet oft nochmal eine ganze Ecke an Arbeit und ich glaube, der Anreiz würde viel helfen. Ich wünsche mir, dass in das OER-Geschäft mehr Verbindlichkeit reinkommt, dass es nicht alleine die Initiative Einzelner ist, sondern dass die Beteiligten in den Kultusbürokratien, die Lehrer, die Ausbilder, dass die einen soliden Grund haben, sich dazu verpflichtet zu fühlen. Eine Forderung, die wir häufiger hören, die ich aber unterstreichen möchte. Was aus öffentlicher Hand bezahlt wird, sollte frei verfügbar sein. Also kurz gesagt, öffentliches Geld ist öffentliches Gut. Der Wunsch wäre, dass tatsächlich jeder Mensch, der sich damit befassen möchte und tut, hinreichend Ressourcen, also Zeit, Geld, Möglichkeiten hat, um sein oder ihr Anliegen zu transportieren. Ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Menschen OER produzieren und teilen, weil ich glaube, erst dann die vielen Vorteile sichtbar werden. Also zum Beispiel Effizienz und Qualitätssteigerung, Kultur des Teilens, Bildungsgerechtigkeit. Es gibt so viele Vorteile, die erst sichtbar werden, wenn es eine große Masse nutzt.